Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, den wohl ältesten deutschen YouTube-Kanal zum Thema Pickup und Verführung. Also wenn du mal auf die Daten guckst, ich habe das erste Video über Pickup gemacht, da haben viele der heutigen YouTube-Stars noch nicht mal gewusst, wie man YouTube schreibt. So alt bin ich schon, man sieht es noch nicht so ganz, aber ich bin seit über 14 Jahren mittlerweile dabei und teache Verführung an Männer und wie sie erfolgreicher mit Frauen werden. Du findest meine ganze Chronologie und siehst auch, wie ich mich verändert habe über die Jahre in meinem Kanal. Schau dir die Videos einfach an, es sind Hammertipps, viele Videos hochgerankt, hochgewertet, gehören zum Standardwerk der Verführung. Viele der heutigen Coaches sagen, dass das die Inspiration für sie war und dass sie durch meine Videos mit diesem Thema angefangen haben. Außerdem findest du auf dem Kanal Infilt-Videos meiner Coaches. Also du kannst Männer sehen, wie sie live auf der Straße Frauen ansprechen und verführen. Das sind meine Trainer, die findest du auch alle hier auf diesem Kanal. Was du aber auf jeden Fall machen solltest, very, very important, ist dich in meinen Newsletter eintragen. Und zwar gehst du jetzt am besten auf casanova-coaching.de. Hier ist die E-Mail-Adresse eingetragen. Und E-Mail-Adresse, Blödsinn, Webseiten-Adresse. Geh da hin, trag dich in meinen Newsletter ein, weil nur da erfährst du von geheimen Videos, die ich veröffentliche. Oder du kriegst direkt Messages von mir, von neuen Blog-Artikeln, die ich schreibe. Wenn ich im Fernsehen auftrete. Das ist die Zentrale, wo ich dir die Dinge mitteile. Genauso Facebook-Fanpage. Magst du mir einen Pütz eingeben? Ich nehme alle Männer, Frauen, alle, nehme ich an. Und auch da erfährst du Updates aus meinem Leben, auch viele private Sachen. Also mach das am besten auch gleich. Aber jetzt erstmal zieh dir den Stuff rein und viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal. Und dann zieh dir den Stuff rein und viel Spaß auf meinem Leben.